Die 35-jährige Finnin Berit Andersen lebt im Jahr 1990 mit ihrem 42-jährigen Mann Weko Rittkönnen in Kirkonomi. Die beiden haben drei Monate zuvor ihre Tochter Jessica bekommen und leben in einem Einfamilienhaus, das von einem großen Grundstück und einem Wald umgeben ist. Die nächsten Nachbarn leben mehrere hundert Meter entfernt. Ende Juli 1990 geschieht etwas Fürchterliches. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am Montag, den 31. Juli, kann Weko nicht von seinen Geschäftspartnern erreicht werden und er meldet sich auch nicht. Am Dienstag, dem 1. August, ist ein Geschäftspartner mit Weko in dessen Haus verabredet. Als er eintrifft, stehen die Autos des Paares sowie Vekos beiden Abschleppwagen vor dem Haus, doch niemand öffnet die Tür. Dies kommt dem Mann seltsam vor, da Weko sonst bei Terminen hundertprozentig zuverlässig ist. Nachdem er eine Weile gewartet hat, verständigt er schließlich die Polizei. Die Haustür weist keine Einbruchsspuren auf, ist aber unverschlossen. So gehen die Polizisten hinein, um die Situation zu überprüfen. Sie finden einen schrecklichen Tatort vor. Berit und Weko sind in ihrem Bett erstochen worden und ihre Leichen wurden brutal verstümmelt. Das Paar hat in einem Wasserbett geschlafen und auf das Bett wurde ebenfalls mit der Tatwaffe eingestochen, wobei es ausgelaufen ist. Die drei Monate alte Jessica ist in dem ausgelaufenen Wasserbett ertrunken. Es ist unklar, ob Jessica vor der Tat bei ihren Eltern im Bett war oder ob sie in ihrem Kinderbett geschlafen hat. Wollte der Täter das Kind eigentlich lebendig zurücklassen und hat nicht damit gerechnet, dass es in dem auslaufenden Bett ertrinken würde? Oder hat er es vielleicht bewusst in dem Wasserbett platziert, damit es ertrinkt? Die Tat hat bereits in der Nacht von Samstag, den 28. auf Sonntag, den 29. Juli stattgefunden, drei Tage bevor sie entdeckt wurde und ist bis heute als einer der brutalsten Fälle der finnischen Kriminalgeschichte bekannt. Die Medien bringen damals jeden Tag neue Schlagzeilen. Sowohl Berit als auch Veko lassen Kinder aus früheren Ehen zurück. Die beiden älteren Kinder von Berit, Zwillinge im Alter von zehn Jahren, die eigentlich auch mit dem Haus lebten, halten sich zur Zeit des Vorfalls bei ihrem Vater auf. Vekos beide Kinder aus erster Ehe sind bereits erwachsen. War die Tat persönlich motiviert oder ist die Familie einem Fremden zum Opfer gefallen? Am Tatort können kaum Spuren gesichert werden, da das ausgelaufene Wasserbett alle möglichen Beweise vernichtet hat. Auch um das Haus herum können keine Fußspuren oder ähnliches mehr festgestellt werden, da es das ganze Wochenende lang heftig geregnet hat. Die Tat wurde ja erst drei Tage später entdeckt. Immerhin kann aber eine Blutspur gesichert werden, die vom Täter sein muss. Die Menge DNA, die dabei gesichert wird, ist aber zu gering, um getestet zu werden. Allerdings kann anhand der Blutspur die Blutgruppe des Täters bestimmt werden. Es wird für möglich gehalten, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren, aber wirklich sichere Hinweise gibt es darauf auch nicht. Ich werde im weiteren Verlauf der Einfachkeit halber von dem Täter sprechen, dies soll aber nicht ausschließen, dass es mehrere Täter gewesen sind. Was festgestellt wird, ist, dass der Täter das Haus durch die Vordertür betreten hat und nach der Tat durch die Hintertür des Hauses in den Wald geflüchtet ist. Wie ist der Täter ins Haus gekommen, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen? Hatte er einen Schlüssel zum Haus? Die Haustür war ja vermutlich abgeschlossen, da das Paar bereits schlafen gegangen war. Die beiden wurden auf jeden Fall in ihrem Bett angegriffen, was anhand der Blutspuren eindeutig feststellbar ist. Das heißt, dass der Täter geklingelt und einer von ihnen ihn selbst ins Haus gelassen hat, kann ausgeschlossen werden. Die Polizei verfügt in diesem Fall offenbar über einige Informationen, die sie nie an die Öffentlichkeit weitergegeben hat. Aus dem Haus ist Bargeld gestohlen worden, das in der Küche aufbewahrt wurde, rund 20.000 finnische Mark, damals knapp 5.000 Euro wert. Außerdem fehlt ein Notizbuch, in dem Veko, der als Spediteur tätig ist, aufgelistet hat, wer ihm alles Geld schuldete. Sonst fehlt nichts im Haus. Es ist auch lediglich die Küche durchwühlt worden, die anderen Räume sind unberührt. Wusste der Täter also, dass Veko dort Bargeld aufbewahrt hat? Natürlich überprüft die Polizei die ehemaligen Partner von Veko und Berit. Berits Ex-Mann gerät unter Verdacht und wird immer wieder verhört und sogar kurzzeitig festgenommen. Doch der Verdacht gegen ihn kann nicht erhärtet werden. Es gibt einfach keine Beweise für seine Beteiligung an der Tat. Vekos 24 Jahre alter Sohn Mika wird ebenfalls verdächtigt und kurz darauf auch festgenommen. Der Verdacht richtet sich gegen ihn, da seine Fingerabdrücke im Haus gefunden wurden. Allerdings ist davon auszugehen, dass seine Fingerabdrücke dort sind, denn er war öfter bei seinem Vater und hat am Nachmittag vor der Tat noch einen geliehenen Bohrer zurückgebracht. Veko ist zu dieser Zeit gar nicht zu Hause. Am Tag der Tat, einem Samstag, hat er wie sonst auch ganz normal gearbeitet und hat äußerst viel zu tun. Berit ist mit ihren Kindern im Haus, als Vekos Sohn den Bohrer zurückbringt. Er bleibt nur kurz und fährt wieder nach Hause. Allerdings bekommt er mit, dass Berits beiden älteren Kinder, die Sommerferien haben, gerade ihre Sachen packen, um für mehrere Tage zu ihrem Vater ins Nachbardorf zu fahren. Am Abend und in der folgenden Nacht ist Mika alleine in seiner Wohnung, da seine Freundin ihre Eltern besucht. Er hat also kein bestätigtes Alibi. Doch auch gegen Mika können keine weiteren Beweise gefunden werden und er wird schließlich wieder entlassen. Die Polizei verhört hunderte Personen. Von Vekos Vater erfahren sie, dass bei der Familie in der letzten Zeit oft nachts das Telefon geklingelt hat, aber niemand etwas gesagt hat. Bei weiteren Ermittlungen kommt heraus, dass viele Anwohner in der Gegend in der letzten Zeit diese merkwürdigen nächtlichen Anrufe erhalten haben. Dann sei aber noch etwas vorgefallen, wie Vekos Vater weiterberichtet. Veko arbeitet ja als selbstständiger Spediteur unter anderem für ein Abschleppunternehmen. Eine Weile vor dem Mord findet er einen Brief in seinem Briefkasten, der nicht mit der Post zugestellt, sondern persönlich eingeworfen wurde. Darin steht, Zitat, Am Ski- und Golfzentrum Peorama wird ein Abschleppwagen benötigt für ein MB-Wohnmobil. Ich komme mit meiner Frau. Ankunft um 23.30 Uhr und wir werden dort auf den Abschleppwagen warten. Der Wohnwagen soll nach Malmysweho geschleppt werden. Mit freundlichen Grüßen, Mati Pananen Das Skizentrum Peorama befindet sich in Kirkonumi. Mit dem MB-Wohnmobil ist vermutlich ein Mercedes-Benz-Wohnmobil gemeint und Malmysweho bezeichnet möglicherweise die Weho-Service-Stelle für Mercedes-Fahrzeuge in der Nähe. Veko wundert sich, da die Kunden normalerweise die Termine telefonisch vereinbaren, doch er fährt in der Nacht zur angegebenen Zeit zum Skizentrum Peorama. Dort taucht aber niemand auf und Veko fährt nach einer Weile wieder nach Hause zurück. Die Polizei untersucht den Brief, doch ein Mann mit dem Namen Mati Pananen scheint nicht zu existieren. Hatte irgendjemand vielleicht in dieser Nacht schon einen Angriff auf Veko geplant und ihn aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt? War Veko das hauptsächliche Ziel des Mörders? Die Polizei hält es zunächst für unwahrscheinlich, dass die nächtlichen Anrufe mit der Tat in Verbindung stehen könnten, doch der Sache mit dem Abschleppwagen geht sie genauer nach. Sie findet heraus, dass Veko, der ja selbstständig war, keine Hemmungen hatte, Restschulden von ehemaligen Geschäftspartnern einzutreiben und sie vermutet, dass er sich dadurch vielleicht Feinde gemacht haben könnte. Das Notizbuch mit einer Liste seiner Schuldner ist ja ebenfalls gestohlen worden. Veko war zwar geschäftlich äußerst erfolgreich, soll aber ein hitziges Temperament gehabt haben und sich auch gerne mal in andere Angelegenheiten eingemischt haben. Er ist dafür bekannt, dass er seine Prinzipien durchgesetzt hat. Einmal hat er einen betrunkenen Bekannten, der in dem Zustand Auto gefahren ist, selbst zur Polizei gebracht. Natürlich werden auch alle Geschäftspartner von Veko verhört und überprüft, doch die Polizei findet auch hier keine konkreten Hinweise auf den Täter. So vergehen viele Jahre, ohne dass weitere Verdächtige gefunden oder festgenommen werden oder sich eine neue heiße Spur ergibt. Dennoch gehen auch in den letzten Jahren immer wieder noch Hinweise auf den Fall bei der Polizei ein und sie hat es nie wirklich aufgegeben, den Täter doch noch zu finden. Im Jahr 2019 werden die Ermittlungen zu dem Fall wieder aufgenommen. Offenbar sind einige Beweismittel erneut untersucht worden und es scheint einige neue Erkenntnisse zu geben. Welche Erkenntnisse dies sind, wird derzeit geheim gehalten, doch ein leitender Ermittler sagt, dass er glaubt, dass der Täter noch lebt und dass er zuversichtlich sei, dass der Fall noch gelöst werden könne. Die Ermittler gehen wie bereits damals davon aus, dass der Täter das Haus mit dem Ziel betreten hat, die Eltern zu töten und nicht nur, um das Geld zu stehlen. Der Mord an dem Paar sei sein hauptsächliches Ziel gewesen, also hat er definitiv aus einem persönlichen Motiv heraus gehandelt. Offenbar hat er sich vorher die Zeit genommen, das Haus zu beobachten, um sicher zu gehen, dass das Paar schlafen gegangen ist, bevor er ins Haus einbricht. Weiterhin wird vermutet, dass der Täter seine Tat nie jemandem anvertraut hat. Die Polizei sagt, dass die allermeisten Morde in Finnland zwischen bekannten Personen geschehen. Dass ein Täter sein Opfer nicht kennt, sei in den letzten Jahrzehnten extrem selten vorgekommen. Der Fall ist zwar über 30 Jahre her, doch die geringfügige DNA-Spur, die sichergestellt wurde, kann mit modernen Methoden immer noch nicht getestet werden. Sollte es in dem Fall tatsächlich noch neue Informationen geben, gibt es natürlich hier ein Update. Was denkt ihr, ist die Familie zufällig einem Raubmord zum Opfer gefallen oder ist der Täter tatsächlich im Bekanntenkreis zu suchen? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar da. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. -end- Untertitelung des ZDF, 2020